Mein Name ist Julian und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. In der heutigen Geschichte geht es um meine große Schwester, Jenny. Jenny ist zwar meine große Schwester, aber sie war für mich eher so die kleine Schwester, weil ich sie auch immer in der Schule beschützt habe. Ich habe so ein Beschützersyndrom und immer wenn irgendwas war, habe ich sie beschützt. Ich war sofort da. Sie ist so ein bisschen klein und zierlich. Ich bin schon ein Stück größer als sie, bin ein bisschen breiter, ein bisschen kräftiger. Und deswegen kam das für alle immer so rüber, als wäre ich der große Bruder und sie die kleine Schwester. An einem Wochenende, an einem Samstag war das, wollten wir feiern gehen. Sie wollte feiern gehen, ich habe gesagt, ich komme mit ihr mit. Sie meinte, alles klar. Wohin wollen wir? Ich habe gesagt, lasst uns in die und die Disco gehen. Da macht es richtig Spaß. Da waren wir letztens auch. Und da soll auch heute sehr gute Musik laufen. Wir sind in der Disco. Ein paar Freundinnen von ihr sind auch da. Ein paar Kollegen von ihr sind da. Ich bin da. Ein paar Kollegen von mir sind auch dabei. Und so nach einer Stunde schreibt mir ein Kollege von mir, Bruder, komm mal in die und die Bar. Ich schreibe, ich bin hier gerade mit meiner Schwester. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich erzähle ihr das. Ich sage, nein, geht doch ruhig. Alles gut. Meine Freundinnen sind hier. Ein paar Kollegen von mir und ihr sind hier. Du kannst ruhig gehen. Alles gut. Mach dir keinen Stress, keine Sorgen. Hier sind genug Leute. Du kannst ruhig gehen. Ich sage, bist du dir wirklich sicher? Bist du cool damit, wenn ich jetzt gehe? Die sagt, ja, geh. Ich gehe los. Ich gehe in die Bar. Ein paar kurze getrunken. Gechillt. Geredet. Geraucht. Bar war mehr so meins als Disco, weil da war es nicht so laut wie in der Disco. Nicht so voll wie in der Disco. Und so ein bisschen ruhiger mag ich das. Auf jeden Fall so noch ein paar Gläschen. Ich gucke auf die Uhr. Es ist halb fünf, fünf. Ich sage, ich gehe jetzt nach Hause, Bro. Er sagt, willst du nicht lieber ein Taxi nehmen? Du hast getrunken. Ich habe gesagt, Bruder, zwei, drei Minuten bin ich zu Hause. Er sagt, nein. Ich rufe dir jetzt ein Taxi. Schlüssel her. Ich sage, mach keinen Scheiß. Er sagt, Schlüssel her. Los, sofort. Ich gebe ihm einen Autoschlüssel. Ich sage, aber ich muss kurz zum Auto. Ein paar Sachen rausholen. Ich sehe, mein Handy liegt da. Ich dachte, ich habe es die ganze Zeit bei mir. Ich gucke auf Handy. Sechs, sieben verpasste Anrufe von meiner Schwester. Es geht jetzt ab. Ich rufe sie an. Geht nicht ran. Ich fahre nach Hause. Sie ist nicht zu Hause. Irgendwann um 8 Uhr morgens kommt sie. Gesicht total verschmiert. Sie hat richtig geheult. Wir sagen zu ihr, was ist los? Was ist passiert? Ich sage, bitte, ich brauche jetzt einfach einen Moment für mich. Ich kann jetzt nicht mit euch reden. Geht nach oben in ihr Zimmer. Wir warten halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Sie kommt nicht runter. Ich sage zu meinem Vater, lass mich mal hochgehen und lass mich mal mit ihr reden. Er sagt, ja, okay, geh. Ich gehe nach oben. Ich klopfe, ich mache Tür ganz langsam auf. Ich sage zu ihr, Jenny, kann ich reinkommen? Willst du mir kurz erzählen, was los ist? Sie sagt, ja, komm rein, aber bitte mach die Tür zu. Ich bin ehrlich, ich habe auch echt extrem Angst gehabt, zu hören, was los ist, weil, dass sie so heftig weint, sich in ihr Zimmer einsperrt und nicht mal runterkommen will, nicht mehr erzählen will, was los ist, hat schon was zu bedeuten. Ich setze mich so auf ihr Bett, sie liegt da, hat so richtig ihre Decke so, so quasi umarmt, so richtig reingekuschelt und ist voll ängstlich, sagt sie, was ist los, beruhig dich, ist doch alles gut. Sie sagt, nein, gar nichts ist gut. Ich sage, ja, rede mit mir, was ist denn passiert? Mach es langsam, locker, entspannt, du hast Zeit. Erzähl mir ganz in Ruhe, was passiert ist. Sie sagt, wir sind in der Disco, die Jungs und Mädels haben getrunken, ich habe auch ein, zwei Gläser getrunken, nach meinem letzten Glas wurde mir so schwindelig. Dann hat einer von denen gesagt, komm an die frische Luft, wenn die schwindelig ist. Sie meint, ich habe nur noch einen Arm gespürt, der mich packt und mich nach draußen zieht. Ich so, okay, und dann? Dann sagt sie, da war ich an der frischen Luft und dann kam so ein Windzug direkt auf mein Gesicht und dann wurde mir noch schwindeliger. Alles hat sich gedreht. Ich habe einen richtigen Blackout in diesem Moment. Und ich so, okay, und dann? Was ist denn passiert? Dann sagt sie, ich schäme mich, es dir zu sagen. Ich so, was ist passiert? Sag sofort. Sie sagt, als ich erst mal wieder zu mir kam, war ich nackt und ich wusste nicht, was los ist. Und dann habe ich noch gesehen, wie er seine Hose anzieht und sagt, los, zieh du dich jetzt auch an, wir müssen los. Ich so, was hast du gemacht? Hat sie zu ihm gesagt, sie sagt zu ihm, was hast du da gemacht? Was, was geht hier vor sich? Und er sagt zu ihr, wieso, dir hat es doch auch gefallen. Und dann habe ich erst realisiert, dass er mich vergewaltigt hat. Ich so, was? Weißt du, wer das war? Ich so, hast du dir das Nummernschild gemerkt? Irgendwas. Sie sagt, ich habe mir sein Nummernschild gemerkt, ja. Ich habe mir sein Gesicht gemerkt, ja. Aber ich weiß nicht, wie er heißt oder sonstiges. Ich habe mich dann angezogen. Ich habe angefangen zu schreien, zu heulen. Er wollte einfach nicht anhalten. Irgendwann hat er angehalten, weil ich so einen Terror gemacht habe. Und er sagte auch noch zu mir, mach mir später keine Probleme oder so. Nicht, dass du mir hier noch irgendwas unterstellst. Junge, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin dann auch mit ihr dann zum Arzt gegangen. Ihr wurden wirklich K.O.-Tropfen verabreicht. K.O.-Tropfen waren in ihrem Getränk drin. Und der Typ hat sie einfach mitgenommen. Und hat einfach meine Schwester missbraucht. Wir sind zur Polizei gegangen. Anzeige gemacht. Nummernschilder durchgegeben. Seine Beschreibung. Er wurde sofort festgenommen. Und er kam auch sofort in U-Haft. Aber einen Tag später wurde er freigelassen. Und ich dachte mir, wie kann man den freilassen? Es ist offensichtlich. Offensichtlich, dass er sie vergewaltigt hat. Wie kann man ihn freilassen? Ich check's nicht. Ich bin durchgedreht. Ich habe bei der Polizei angerufen. Das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Warum lässt er ihn frei? Sie sagen, ja, mangelnde Beweise. Wir müssen erst mal ermitteln. Und bla, bla, bla. Dann kam sie mit irgendwelchen Sachen. Und wir können einen Verdächtigen nur so und so lange festhalten. Und wenn wir keine Beweise haben, müssen wir ihn gehen lassen. So sind die Gesetze. Ich habe gesagt, was für Gesetze. Er hat sie offensichtlich vergewaltigt. Man sieht es doch sogar an den Kameras in der Disco. Wie er sie nimmt und rausbringt. Wie die ins Auto steigen, losfahren. Was wollt ihr denn noch? Was willst du? Was möchtest du? Dass irgendjemand zufällig eine Kamera irgendwo hatte und das Ganze gefilmt hat? Oder was? Jetzt mal ehrlich. Sie sagen, wir wissen schon, wie wir zu arbeiten haben. Bitte beruhigen Sie sich. Wir werden uns melden, wenn wir Neuigkeiten haben. Und legt einfach auf mein Gesicht auf. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, meiner Schwester zu sagen, was los ist. Sie hat mich gefragt, und gibt es Neuigkeiten? Ich habe gesagt, ja, er ist in Untersuchungshaft. Und er wird auch so lange in Untersuchungshaft bleiben bis zum Gerichtstermin. Ich habe es ihr nicht gesagt. Sie wäre gestorben vor Angst. Aber in mir herrschte ein Tornado, der war nicht mehr normal. Ich konnte nicht bis zur Gerichtsverhandlung warten. Ich konnte nicht irgendwie zulassen, dass er ins Gefängnis kommt oder Sonstiges abhaut oder keine Ahnung was. Ich muss das Ding selbst in die Hand nehmen. Und dann habe ich im Darknet mich auf die Suche gemacht. Ich brauche eine Knarre. Ich brauche eine Knarre. Und ich scroll, scroll, scroll. Auf einmal sehe ich Auftragskiller. 50.000 Euro. Ich gucke mir die Bewertung an. Da gab es sogar vier Bewertungen. Vier Leute, die diesen Typen schon beauftragt haben. Alle super zufrieden. Ich schreibe mit ihm. Er sagt, pass auf. Das Ganze läuft über Bitcoins. Digitale Währung. So und so machst du das. 50.000. Ich brauche ein Bild von ihm. Am besten seine Adresse. Und um den Rest kümmere ich mich. Ich gucke. Ich habe ungefähr 25.000 Euro habe ich. Ich habe noch Schmuck von meiner Uroma geerbt gehabt damals. Habe ich auch verkauft. Damit habe ich auch so 17.000, 18.000 Euro gemacht. Und die restlichen 6.000, 7.000 Euro habe ich mir von einem Kollegen geliehen. Umgewandelt in diese Bitcoins Geschichte. Habe ihm das geschickt. Habe ihm das Bild geschickt. Habe ihm Adresse geschickt. Und dann hieß es jetzt, musst du warten. Ich warte eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Jeden Tag öffne ich den Laptop. Tipp meinen PIN ein. Mein Passwort. Guck. Keine Nachricht. Jeden Tag. Morgens, mittags, abends. Ich habe jeden Tag geguckt, ob irgendwas kam. Nichts. Und ich hätte es ja auch mitbekommen, wenn er ermordet worden wäre. Aber davon habe ich auch nichts gehört. Nach drei Wochen schreibe ich ja nicht so, was ist jetzt? Wann wird das endlich gemacht? Er sagt, ich warte gerade nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, aber es wird bald soweit sein. Nicht mehr lange. Gedulde dich ein paar Tage. Ich sage, ja, okay. Nach drei, vier Tagen. Ich gucke. Immer noch keine Nachricht. Eine Woche vergeht keine Nachricht. Zwei Wochen vergehen keine Nachricht. Ich schreibe ihn wieder an. Ich sage, was ist jetzt? Ich habe dich doch schon bezahlt. Wann machst du das endlich? Er sagt, ich werde das heute spätestens morgen machen. Ich werde dir aber schreiben. Beruhig dich. Das Ganze muss sauber ablaufen. Ich möchte dir auch nicht gepackt werden. Das kannst du doch verstehen. Ich sage, ja, ist kein Thema. Ich verstehe dich. Du hast schon irgendwo recht. Wieder eine Woche vergeht. Ich gucke, ob er mir geschrieben hat. Keine Nachricht. Ein Tag später. Ich gucke wieder. Diese Anzeige Auftragskiller ist gelöscht. Was geht denn jetzt ab? Der Typ hat mich einfach gescammt. Der hat mich einfach auseinandergenommen. 50.000 Euro weg. Der Typ ist weg. Aber die 50.000 haben mich gar nicht gejuckt. Dieser Typ musste für immer weg. Er hat meiner Schwester das angetan. Und er wird das anderen Schwestern auch noch antun. Ich muss diesen Typen beseitigen. Egal wie. Der Typ muss weg. Also was mache ich? Ich wollte mir eigentlich eine neue Knarre kaufen. Auch über Darknet. Ging nicht, weil ich kein Geld mehr hatte. Ich hatte gar kein Geld mehr. Also habe ich mir ein Messer zugelegt. Und es musste auch nicht viel geplant werden. Weil das Ganze war eine bombensichere Sache. Ich wollte es durchziehen. Ich wäre auch bereit, wie ein Ehrenmann in den Knast zu gehen. und wie ein Ehrenmann auch wieder rauszukommen. Ich gehe also hin zu seiner Adresse. Der Typ ist nicht mehr da. Der Typ ist weg. Ist einfach weg. Ich rufe also bei der Polizei an. Ich sage, wo wohnt dieser Typ? Die sagen, wir dürfen ihn aus Datenschutzgründen nichts sagen. Die Ermittlungen laufen noch. Wir werden uns bei ihm melden. Ich habe gesagt, hier wohnt aber niemand mehr. An dieser Adresse. Wisst ihr das? Die sagen, wie? Da wohnt niemand mehr. Ich sage, hier wohnt niemand mehr. Der Typ wohnt hier nicht mehr. Die Wohnung ist leer. Weg. Die sagen, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Wir waren gestern ja noch da. Ich so, ich bin gerade total durcheinander. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich lege einfach auf. Der Typ ist wie vom Erdboden verschluckt. Und dann denke ich mir, ist er vielleicht beim Zeugenschutzprogramm? Kann aber nicht sein, weil er ist offensichtlich der Vergewaltiger. Und der kann nicht ins Zeugenschutzprogramm gehen. Das geht nicht. Der ist offensichtlich der Vergewaltiger. Hundertprozentig. Kann es sein, dass der Auftragskiller doch da war? Oder ist er einfach abgehauen, der Typ? Diese Frage stelle ich mir bis heute und es ist zehn Jahre her. Ich habe diesen Menschen nie wieder gesehen. Es kam nie zu einer Gerichtsverhandlung. Der Typ war wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Wie gesagt, entweder Zeugenschutzprogramm, was nicht sein kann. Es kann nicht sein. Der Auftragskiller war doch da und hat danach die Anzeige gelöscht. Oder der Typ ist einfach spurlos verschwunden. Keine Ahnung, wo er ist. Und ich wünschte mir, ich hätte ihn damals gepackt oder der Mann, den ich beauftragt habe, hätte ihn gepackt. Ich weiß ja nicht, ob er ihn gepackt hat. Ich weiß es nicht. Weil damit hätte ich nicht nur Rache für meine Schwester genommen, damit hätte ich auch wahrscheinlich vielen, vielen, vielen Frauen dieses Leid erspart, was meine Schwester durchmachen musste. Wer einmal zu so einer Tat fähig ist, wird es immer wieder tun. Immer und immer wieder. Und immer und immer wieder wäre ich bereit, so ein Bastardsohn. Ihr wisst schon. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mädels, 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 Mädels. Passt einfach auf euch auf. Wenn eure Eltern zu euch sagen, nachts, geht bitte nachts nicht raus, denn nicht, weil sie es euch nicht gönnen. Ihr seid einfach schwächer als wir. Ihr könnt euch nicht so gut verteidigen wie wir, außer jetzt vielleicht zwei, drei Ausnahmen, die jeden Monat zum Taekwondo-Unterricht gehen. Aber überwiegend der Frauen sind schwächer als Männer. Bitte, 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 passt auf euch auf. Ich bitte euch. Ihr seht ja, was passieren kann. Ein Schluck aus dem falschen Glas und ihr seid geliefert. Und das muss wirklich niemand mitmachen. Das muss niemand durchmachen. Ja, und das war es von mir. Es ist wirklich immer in einigen Geschichten sehr, sehr schwer. Aber wir machen das ja hier für einen guten Zweck. Und deswegen lasst ein Like und ein Kommentar da. Wir wollten mit dieser Geschichte vielen Frauen und auch Männer die Augen öffnen. Auch Männer, ihr, es gibt auch Orte, wo ihr mit Geld euren Spaß haben könnt und müsst nicht dafür das Leben einer Frau zerstören. Die Psyche einer Frau zerstören für den Rest ihres Lebens. Ich bitte auch euch. Okay, das war es von mir. Schönen Abend noch. Folgt mir und mein Bidemilio auf Insta. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Bitte. Ich küsse eure Herzen. Schönen Abend noch. Euer Seid Ibrahimovic. Ich küsse eure Herzen. Schönen Abend noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017